Und da sind wir wieder zurück, hier frisch eingeloggt, liebe Freunde, hier bei Let's Play Spider-Man 2. Freunde, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wie immer am Start seid, hier bei dieser neuen, schönen, leckeren Episode hier. Alter Schwede, was für ein geiles Game, oder Freunde? Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das Game ist und bleibt unfassbar geil. Ja, ich freue mich, dass ihr dieses Projekt so unglaublich krass feiert. Und wir werden heute ein paar Episoden ein bisschen machen, also sprich ein paar Missionen und so. Also ich bin mir ganz sicher, dass es euch gefallen wird. Also ich kann es mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, ihr wisst ja auch bereits, im Moment laufen ja so viele unterschiedliche Projekte, also wirklich sehr viele verschiedene Projekte teilweise. Und falls ihr natürlich mir auf Twitch und sowas nicht folgt, dann tut das auf jeden Fall. Denn da gibt es auch diverse, ja, ich sag einfach mal, Folgen von diversen Spielen, von diversen Themen, die wir abhandeln. Und hier in das Game trägt gleich ein Auftrag, habe ich gesehen. Autsch. Autsch. Alles klar bei euch? Ich hoffe es. La la la. Boah, sind die schlecht. Die tun mir auch irgendwie echt leid, wisst ihr warum? Die können irgendwie gar nichts machen. Boah, seid die schlecht, ehrlich. Hoffentlich springt deine Versicherung ein. Schlüssel verloren? Ja, schön wär's. Tadam. So, jetzt bist du dran. Hä, was wollten die überhaupt machen? Das will ich mich jetzt auch mal gerade fragen, was wollten die überhaupt machen? Hä, guck mal hier, über den Comicladen ist so ein Spinnensymbol. Wie geil ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Mega geil. Ach hier, hi. Wir haben einen Auftrag. Na? Jetzt bin ich gespannt. Spidey, du musst die Gangster stoppen. Sie nehmen einen Panzerwagen hoch. Oh mein Gott. Verbrechen bringt nichts. Wie auch immer. Ich übernehme das. Let's go. Oh, das ist ein bisschen weiter entfernt. Hallöchen. Kann ich euch helfen? Wir hauen bestimmt wieder mit dem Auto ab, wenn. So, Moment, die befreien wir erstmal. Weg mit der Waffe. So klappt das nicht. Geil. Okay, let's do it. Dich hole ich mir. Mit dem guten Arami-Suit. Boah, wie oft die schießen, Mann. Der hat jetzt dreimal geschossen. Oh, 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 fetter Leck. Ja, was denn sonst? So, das tun wir auch noch mit. Dann schnappen wir uns den Typen. Oh. Da hinten ist auch noch was los. Hä, warte mal. Ich muss mal gleich auf die Karte gucken, wo wir hier gerade sind. Jetzt mal ohne Wiss. Ich bin mal echt gespannt, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt mal ehrlich. Hä, wo sind wir hier gerade? Hä? Ja, ich muss das mal ein bisschen kurz begutachten, bevor ich irgendwem nochmal hier gleich helfe. Ah, warte mal. Ist das hier nicht die Uni? Von Peter? Mit Dr. Connors? Wartet mal, Leute. Ich gucke mal kurz auf die Map. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier. Das ist dieser große Park. Wisst ihr, dass ich mich frage, was da hinten in der Ecke ist? Oben rechts. Ihr seht das jetzt nicht wegen der Cam wahrscheinlich. Da will ich mal hin, auf jeden Fall. Ja, da frage ich mich ja wirklich, was das sein könnte, ne? Also, ja, komm, die schwingen da mal hin. Machen wir mal hier an der Stelle. Nice. Da schwingen wir mal mal fett hin. Hä? Stand da gerade ernsthaft Toys R-Ass? Wartet mal, Leute. LOL! Da steht einfach Toys R-Ass. Wie geil ist das denn? Hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Geil! So, hier will ich noch einmal kurz gucken, Leute. Also, sorry, aber das ist doch einfach... Also, irgendwas muss hier doch Bestimmtes sein. Warte mal, hier ist ein Auftrag. Wer mich schneidet, bekommt meine Faust in den Auspuff. Hey, Kollege, warte. Wandkrabbler, siehst gut aus. Du hältst an, so oder so. Bleib mal kurz stehen. Wir müssen sowieso hier lang, von daher passt das. Ja, also hier, das will ich auf jeden Fall begutachten hier. Sorry, das Mitleid ist mir heute ausgegangen. Ey, ohne Scheiß, das Game sieht so geil aus, oder? Also, sorry, aber... Das Game sieht einfach krass aus. Okay, also hier ist irgendwas bestimmt... Ey, Leute, guck doch mal... Also, sorry, aber hier... Hier war ich ja noch gar nicht. Krass. Also, hier so an der Ecke, wisst ihr? Hey, guck mal, was ist denn hier? Ist das eine Moschee oder so? Guck mal, hier ist eine Moschee oder so. So für Muslime wahrscheinlich oder so, ne? Mega cool. Ja, haben die gut hinbekommen, auf jeden Fall. Also, ey, sorry, aber das ganze Game ist einfach komplett anders. Das ist wirklich hammergeil. Feier ich. Feier ich. Ich liebe sowas. So, wir gucken auf jeden Fall, was es hier noch so gibt. Ich bin mir sicher, hier gibt es schon noch versteckte Sachen oder so. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil hier in der Ecke, Leute, hier waren wir noch gar nicht. Auch während der Kampagne waren wir halt auch gar nicht. Also, so gut wie nie eigentlich, ne? Hier war gar nichts los. Ich kann mal, hier sind einige Quests, wie ihr sehen könnt. Hey, warte mal, doch, hier waren wir doch, oder? Oder nicht? Was ist denn hier los? Okay, hier kann man nicht rein. Also, ich muss sagen, ich bin relativ groß für das Gebäude, würde ich sagen. Ich bin relativ groß für das Gebäude. Eigentlich müssten die Gebäude viel größer sein als ich. Also, würde ich mal so sagen. Ich gucke auch mal, was hier hinten ist. So, Moment. Oh, warte mal, da wird jemand angegriffen. Dem müssen wir echt helfen. Den können wir nicht so stehen lassen. Ja, okay, also anscheinend gibt es hier gar nicht so viel, wie ich dachte. Also, ein bisschen diese Schmuggelecke oder so. Hey, Kollege. Junge. Du mal ganz weg mit deiner Waffe. Du auch weg. So, alle weg mit den Waffen. Junge, wohin guckt der denn hin? Der guckt einfach nach oben. Was ist mit dem da los? Habt ihr das gerade gesehen? Nee, der guckt einfach nach oben, ey. Was ein Hans. Was ein Esel, ey. Er guckt einfach nach oben. Er macht... Was ist mit ihm falsch? Digga, was ist mit ihm falsch? Oh mein Gott, ey. Lächerlich. Geil. Geil. Geil, ehrlich. Okay, Freunde. Ich verabschiede mich dann jetzt hier. Der... Das war der unbekannte Ort hier im Spiel, würde ich sagen. Ähm... Ja, es gab aber anscheinend nicht so viel. Ich werde hier auch deswegen hier einfach mal das so machen. Ähm... Ja, dass ich hier einfach jetzt wahrscheinlich hier splitten werde, Freunde. Das machen wir so, okay? Bis dahin. Und vielen, vielen Dank fürs Mitschauen. So am Ende noch mal so einen fetten Lachflash. Aber was soll man machen? Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.